Weil Gruppe und so. Wir gehen halt auch mit den anderen zusammen, weil wir sind halt ein Team. Mhm, alles klar. Und wir drei müssen einfach aus der Front in den Vorlauf. Alles klar, wir sind jetzt alle in einer Gruppe, ich hab die Gruppe gelaufen. Ja. Wo müssen wir hin? Wo wollen wir, was wollen wir jetzt jetzt machen? Wir machen die Quest, das heißt wieder auf ins Polizeirevier. Die Grüne, ne? Ins Polizeirevier wieder rein, oder? Ja. Wieso ins Polizeirevier? Oh, weil wir die Quests machen müssen. Oh, ich seh grad Möpse. Äh, ich hab schon. Richtig große Möpse. Habt ihr die noch nicht ausgewählt? Ich seh nur, ich seh nur ein Sixpack. Habt ihr die Quests noch nicht ausgewählt? Nein, Markus, haben wir noch nicht. Weil wir haben uns erstmal alle draußen getroffen. Richtig. Okay, dann muss ich hier warten. Hiiii. Zapf's ja nicht so schnell. Ich hab aber super Pippo. Oh Leute, rennt doch mal nicht so früh. Wenn du halt mit deinem Fliegen so lahmarschig bist. Mach mal wieder ein paar Eis zopfen. Du musst dahin, wo es da so orange ist. Also ich bin hier... Ha! Ich bin tiefer gelegt. Ja, ey Jungs. Leute, ich muss nach Metropolis. Um meine Mission vorzusetzen. Willkommen in der Poststelle. Ich will kein Händler. Sagst du, du bist falsch. Ja. Nein, ich war richtig. Ich musste mich vorstellen. Ich warte auf meine Gruppe vom Revier. Zieh mal in der Post nach. Ich habe dir etwas geschickt. Ich schwebe über dem Strand, bereit loszulegen. Er hat eine Nachricht für dich. Okay, ich hab annehmen gemacht. Müsst du jetzt auch die Gorillas verkloppen? Ja. Das ist die Thunder Quest, glaubt ihr. Das ist das allererste. Kommt ihr? Oh, Markus. Entschuldigung. Ich glaub hier wieder voll an Wänden rum. Das geht mir langsam auf den Bibi. Äh, jetzt raus, ne? Okay, dann kommt mal. Dann müssen wir mit dem Knecht reden. Warte. Genau. Ich muss jetzt zur Strandpromenade. Ja, warte doch mal. Wo warst denn du jetzt? Bei welchen? Arim? Nein, hier. Bei Protostar SL Blakely. Arim, dann kommen wir auf die andere Straßen. Ja, wenn du erst dahinter rennst. Das ist nämlich die Hauptqueste, du Pfeife. Ja, ich hab das doch schon. Ähm, Leon? Ja. Kommst du? Der ist doch, ja. Also alles klar, dann lass uns mal losgehen. Wir müssen... Arno, steht bei dir jetzt auch? Begib dich zum Ziel Metropolis? Nein. Warte, reisen kannst du. Jetzt doch kommen wir das haben. Irgendwas Metropolis. Jetzt ficken wir Greenpeace, Alter. Geh mal, ähm, Options. Und in dein Tagebuch. Ich hab jetzt Gorillas am Meer. Schütze die Welt. Hast du das auch? Gorillas am Meer. Schütze die Welt. Warum? Nee, warte mal. Jetzt hat jeder Standard-Quest. Aha. Markus. Psst. Arno, hast du das? Gorillas am Meer? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist irgendwas Abschluss. Ja, Gorillas am Meer habe ich. Sehr gut. Dann raus. Kann man loslegen. Wollen wir bei den Gorillas da noch ein bisschen mit Leveln? Ja. Also, dass wir so mit 5 kommen oder so? Ja, das wäre mir schlecht. Du bekommst dann da Level, ja, 4, 5, 2. Weil ich habe, das sind 4 Leute in irgendeiner Gruppe, das ist eigentlich ganz gut. Du musst eigentlich relativ schnell gehen. Und, da besiegst du ja auch die Schnellen. Wir sind, wir sind, wir sind schon, wir sind schon dabei. Oh, Level 4. Warte mal, mein Team. Ich bin Level 4. Dann warten wir, Jungs, hier meine, äh, sagen wir mal einfach André, deine Gruppe ist A und meine Gruppe ist B, ne? Dann brauche ich jetzt nicht immer das A. Dann machen wir das halt so, dann warten wir bis die das fertig haben und dann passt das, ne? Lass uns mal zu viert hier einfinden. Und wo? Wo seid ihr denn? Wer hat mich gesehen? Ah, ihr seid doch schon, ihr seid doch schon wieder am Strand. Warte mal, hier eine Promenade. Ich bin da. Genau. So, wo ist Markus jetzt? Wo ist Markus? Markus? Ich bin schon da. Wo seid ihr denn? Ich warf der Laterne oben. Gut. Ich warf der Laterne oben. Na dann, äh, wollen wir loslegen? Du bist kein Lenton. Was glaubst du? Ey, wo seid ihr? Hey, wo seid ihr denn? Ich weiß nicht, irgendeiner von euch hat gerade einen Gorilla weggehauen, ne? Der ist übelst geflungen und ich hab mir den geschnappt einfach aus der Luft raus. Das war André mit so fetten Hammer. Habt euch Sapser, ich helf dir mal. Du musst mir nicht unbedingt helfen. Zum Einfangen ist das noch ganz easy hier. Ich glaub Markus sieht die Gorilla aus. Ich glaub Markus sieht die Gorilla aus. Er verpiss dich Jan alter. Hey, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ja, Level 4. Hey, wo seid ihr? Ja, Level 4. Ups, ich bin voll am Gorilla vorbei. Warum, warum, Dani, warum rennt hier ein Hund mit deinem Namen rum? Das wird es. Ich bin jetzt Stufe 4. Ich hab gesagt, Markus, ich habe nichts verstanden. Ach so. Ihr habt gesagt, ich soll auf Unterstützung gehen. Das heißt, ich geh jetzt bei mir auf Weltraum. Da hinten sind noch Gorillas. Naja. Ah klar. Hier ist so ein Ausrufezeichen zum Sammeln. Wo denn? Ich bin dabei. Ähm, hier hinten. Bei mir. Ich hab jetzt irgendwie so ein, so ein Zeichen war irgendwie bei meinem Kopf. Also ich bin, denke ich mal fertig. Ich auch. Ich bin jetzt auch fertig. Ihr habt geschossen. Wo seid ihr, Leute? Guys? Okay, ich hab jetzt erstmal die Fähigkeit gemacht, dass ich euch heilen kann. Ich muss auch erstmal hier neuen Skill machen. Es dauert bei mir noch ein bisschen. Ich kann das erst auf nächste Runde machen und, äh, Ding geben. Ähm, äh, wie heißt's? Energie. Haben wir es schon zu fünf Jahren? Einsatzleiter Harlen. Seid ihr da auch da? Wo, wo seid ihr denn, Alter? Meine Fresse. Ey, Darkkiller fordert mich zu einem Duell. Ja, mich auch schon die ganze Zeit. Nehm ja nicht. Das dauert dann ewig. Da wollen wir dann zur nächsten. Hier für eine Einsatzleiter Harlen. Ja, hallo. Das müssten wir auch mal langsam machen. Du musst auf dein Tagebuch zugreifen und den Quest abgeben. Hier ist ein bisschen Hintergrundinformation. Wollen wir das dann machen? Hier die, äh, meine Gruppe. Kommt mal bitte jetzt hier hinten hin. Und wo ist Harlen? Das ist der gelbe Pfeil oben auf der Minimap. Da müssen wir hin. Ah, okay. Ich hab nur ein Skill gelernt. Ich kann jetzt Feinde herlocken zu uns. Ich kann ein wenig pullen. Cool. Und ich kann die Schwerkraft erhöhen. Und ich kann das meistgeschwächte Mitglied im Team halten. So, Karim ist hier. Daniel. Und ich kann mich unsichtbar machen. Kommt ihr? Ja. Wo seid ihr denn? Ich geh jetzt schon Richtung Gepo Pfeil. Ich auch. Ich komm schon nach. Ich komm. Also, ich hab jetzt auch der Zeit so, dass ich hier euch Energie geben kann. Jo, ich bin schon da. Wenn ihr welche braucht. Also, ich bin schon da. Warte, Jungs. Kommt mal bitte in meine Gruppe. Kommt mal kurz zu mir bitte. Ich will was ausprobieren. Okay, ihr seid da. Alles klar. Okay. Ich kann jetzt auch Energie geben. Dann komm. Lass mal weitergehen. Du weißt grad auch nicht, wo ihr seid. Du musst. Ich bin bei deinem gelben X. Ah ja, da. Du rennst voll falsch rum. Wunder. Du musst im gelben Pfeil. Die Siege Gorillas annehmen. Achso, hier. Genau da. Dann müssen wir jetzt unten klopfen. Wir müssen davor. Kommt her. Ich bin schon voll dabei. Leute, kommt ihr? Grotz Teleporter gehen die Brennstoffzellen aus. Je mehr wir zerstören, desto weniger Truppen können sie reinbringen. Go Team A. Markus, wir arbeiten im Team zusammen. Grotz Umwandlungsgeräte. Zerstöre die Geräte. Seid ihr diese... Ja, jetzt sehe ich endlich mal, wer die Farben da sind. Jetzt checke ich das. Wir sind die Türkisen, dachte ich. Bei mir seid die Lila. Ja, oben auf der Map sind wir Lila. Und... Digga, macht ihr die eigentlich auch? Da machte ich mich ja mit einem Schlag irgendwie fertig. Das ist Gruppenbeute. Ey, also... Muss ich echt sagen? Daniel, meine kleine Kampftöhle, ey. Ey, wieso ist denn jetzt ein Hund? Ja, weil er sich in Tiere verwandeln kann. Echt jetzt? Ja. Kannst du dich auch noch in irgendwas anderes verwandeln, außer einen Hund? In riesen Bilduhr. In riesen Bilduhr. Und das ist absolut glücklich. Hallo? Keiner Spaß. Komm, hol das Lassau raus. Ich muss echt bei Arno bleiben, weil... Ich spiele in Cowboy und Gorilla. Äh, Arno. Ja, Daniel, komm mal mit. Mach die gerade Gorilla Krieg oder mach die Angriffe auf der Promenade? Ich mach gerade Gorilla Krieg. Gut, dann mach ich ja noch's auch. Ich mach irgendwie alles. Ja, als du so nebenbei machst du alles irgendwie. Ja, auch schon. Ah, ich hab Harlin gefunden, der ist ganz oben auf diesen Trümmern. Alles klar. Bis Siegel... Bis Siegel... Bis Siegel 20... Zerstöre 20 Brennstoffzellen, muss ich jetzt. Ähm... Ich weiß, wo die Gorilla Televater sind. Kommt jemand mit mit mir? Ich würde erst mal gerne lieber bei Arno bleiben, weil ich muss ihm Energie geben. Wo ist denn der? Wieso musst du mir Energie geben? Mir geht's gut. Weil du, äh, immer deine blaue Energie relativ weit nach unten zerrst. Ja, ich mach ja Ding hier. Ich pulle hier zu mir, die scheiß Viecher. Was sind deine Umwandlungsgeräte? Ja, voll. Deshalb diese großen Teile mit so einem Blitz darüber. Die ganz großen. Was haben wir denn jetzt? Besieger Gorilla? Nein, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Seid ihr? Okay, ne, ich wollte nur was machen. Ach, dich ja. Seid ihr oben oder seid ihr unten? Also ich bin oben. Ich bin da einfach unten. Irgendwo. Okay, äh, ich weiß nämlich wo die Teleporter sind. Ja, Gorillakrieg. Was ist das? Na, Gorillas töten. Ja, wie viele denn? Da steht doch rechts. Nicht für Arno. Schnell über die Umwandlungsgeräte. Ich mach die Geräte kaputt. Okay, dann machen wir die Gorillas kaputt. Ich mach's all in. Arno, wie viele Teleporter hast du schon? Ich hab die Geräte gekriegt, ich mach die Geräte hier kaputt. Sapse, ich helfe dir. Ich dir auch. So, jetzt machen wir's erstmal hier wegen... Wir brauchen noch, ey wir brauchen noch zwei Teleporter, dann haben wir's. Wir brauchen auch noch zwei Umwandlungsgeräte. Wir brauchen auch noch zwei Umwandlungsgeräte. Wir brauchen auch noch zwei Umwandlungsgeräte. Ne, ist doch nur noch eins. Ich mach das letzte gerade kaputt. Was? Ich mach jetzt gleich den letzten Teleporter. Kaputt! Ja, warte, ich mach das letzte Umwandlungsgerät. Was geil ist mit meinen Pistolen, ich kann einfach mal... Ich kann zwei Gegner auf einmal... Ja, kannst du auch. Das find ich einfach genial. Was bei mir geil ist mit meiner Kraft, ich kann einfach mal alle Gegner in der Luft... ...halten und dann könnt ihr da draufholzen. Also, ich prügel einfach mal alles drüber. Wollen wir mal irgendwo hingehen, wo es ruhig ist? Damit wir uns mal formieren können, ja? Ich bin Level 5, ich bin Level 5! Ja, ich auch! Weil ich grad die Dinger abgefasst habe. Ich wegge jetzt voll die Gorillas zusammen. Komm zu euch. Ich geh bloß kurz in die Luft. Ich schluch erstmal hier wieder Schutz. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich geh zum Pfeil, ich geh zum Pfeil. Das sind zwei Pfeile, scheiße. Wo sind denn die Teleporter eigentlich? Waffen... Weithändige... Da ist Bruthus. Wo ist denn jetzt der Rest? Ich bin schon unterwegs. Also, ich bin mitten auf der Promenade. Set ist... Ah, okay. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ah, und wo ist Markus? Ich bin unterwegs. Ich bin ein bisschen weit weg, weil ich die Teleporter gemacht habe. Die sind am Arsch der Map. Jo, wo ist denn meine Gruppe jetzt eigentlich hin? Wo seid ihr denn? Was seid ihr denn? Wir machen jetzt ein bisschen leicht den Überblick hier. Ich bin hier am Gorillas abschlachten, leider. Und ich hab keine Ahnung wo ihr seid. Ich auch. Ich bin jetzt mal zu den Teleportern. Äh, ich bin über dir Arno. So, Brennstoffzents sind alle kaputt. Ja. Wir brauchen noch Umwandlungsgeräte und Teleporter. Die Teleporter hab ich schon gemacht. Nee, Teleporter hab ich eh zu tun. Ich hab jetzt keine aktive Quest. Ich würd mir jetzt zum Pfeil gehen. Leute, ich würde um... Ich muss Brennstoffzellen und hört sich ungefähr losgehen. Achso, ihr macht das schon los. Ey, wie? Hä? Also, ich geh jetzt zum nächsten Pfeil. Ich geh zum nächsten Pfeil jetzt, ne? Wie kann... Hey, warte. Wie kann das sein, dass ihr die Dinge nicht machen müsst? Dass ihr die Teleporter noch mal ein bisschen... Wenn du sie kaputt gemacht hast. Bin in der Gruppe. Weil wir in der Gruppe die Mission machen. Ja? Ja. Ja, eben. Hä? Ich check's nicht. Wenn man die Quests in der Gruppe macht, macht einer das, der andere macht das und dann ist alles easy. Ja, aber ihr habt... Müsst ihr den Teleporter noch machen? Nein. Ich muss selbst Gorilla-Techniker sein. Ja, genau. Ja, den muss ich auch machen. Ja. Wie musst du denn das jetzt machen? Weißt, weil ihr schon andere Quests wieder angenommen habt? Ja, aber du hättest den doch eigentlich beendet haben müssen. Was sind denn jetzt die Teleporter-Dinger hier? Was hab ich gemacht? Macht einer von uns gerade die Teleporter? Nein, ich hab einen von fünf. Oh, ich... Teleporter. Ich hab hier gerade drei Gorillas, die mich übers Mars nehmen, Alter. Fünf Gorillas. Fünf Gorillas. Fünf Gorillas. Jungs, ich könnte Hilfe brauchen, man helft mir mal. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Ich bin hinter dir gar nicht. Hinter mir. Wer ist denn schon von uns bei dem Pfeil? Bei dem gelben? Ich. Oh, ich bin fast tot, Alter. Also ich hab die Gorilla-Technik angenommen. Ich bin jetzt gerade beim Einsatzleiter-Hadlern. Ich muss mich gerade wieder regenerieren, ey. Ja, ich mach kurz den Neuralinspektoren auch noch. Warte mal, kann nicht irgendwer von uns... kann auch regenerieren, ne? Nein, stopp. Er wird an der Front gebraucht. Wir sind in den Bereichen. Also! Ich hab schon... Ich hab schon zwei Dinger gemacht. Was machst du hier? Ja, ist scheiße, ne? Das ist scheiße, ne? Ja, guck mal, was ich schon gemacht hab, mal, äh, André. Zwei Dinger aktiviert. Ich hab's noch reingemacht, Arno. Ich mach gleich den nächsten. Warte, Arno, äh, André, ich helf dir. Oh. Also, danke. Oh, das war jetzt aber knapp, du. Hier, statt so ein bisschen, du. Ich bräuchte vielleicht mal ne Heilung. Ja, das müsste eigentlich passieren. Nein, passt jetzt nicht, du musst in meiner Nähe sein. Warte mal, wo bist denn du? Ich fall dir den Überblick. Arno, einer noch. Ja, das ist schön. Leon, wo bist denn du? Wo seid denn ihr alle? Karin? Ich steh grad über den Dingern drüben. Ich mach grad irgendein Messerung. Ich muss grad, äh, was, wo sind denn Gorilla-Teleporter? Ich bin immer noch am Strand vorseite. Ich muss auch noch diese Teleporter machen. Wie, du bist immer noch am Strand? Wir sind ja schon weiter. Okay, willst du noch die Gorilla-Technik? Ja, wo denn? Ach du, da oben? Ja, warte ich komme. Ach du, da oben? Lass uns jetzt mal bei dem Karussell treffen. Warte mal, Karin, du bist, du bist am Strand, meinst du, ne? Ja. Ja. Okay, warte. Einer noch, auch noch. Äh, drei noch. Warte, ich helf dir. Du musst mir nicht helfen, ich krieg dir so, 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 so. Du musst die Teleporter machen. Karin, komm. Ach, hinter dir, ich bin hinter dir. Ja, keine Ahnung, Markus, wo sind die Teleporter? Die Teleporter sind ganz hinten bei dem Karussell da in der Nähe. Ich spawnen da immer wieder. Ich spawnen da immer wieder. Da wär ich im Karussell. Oh, hier Schatz, heil mich mal. Ach, da hinten. Bitteschön. So, Techniker sind auch gemacht. Hast du schon zehn? Ja, hier wurde es fertig gemacht. Weiter, 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 komm. Bitte? Hast du schon zehn Techniker oder was? Ja, die haben Markus gerade schon gemacht. Bei mir steht drei von zehn. Leute, 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 wir müssen das... Ach so, wir müssen in der Nähe bleiben. Wir müssen in der Nähe bleiben. Ja, deswegen erstens das und zweitens müssen wir auch gucken, dass wir alle immer gleichzeitig abschließen, dass wir auch alle das gleiche, gleiche Quest haben. Ich muss jetzt auch noch zehn Techniker machen. Arno, lass uns denen helfen. So, warte mal. Wo sind denn jetzt hier alle? Also, ich flieg grad zum Karussell rüber. Ach, cool, Danny. Hey, Karim, warte, warte, warte. Bleib mal hier, bleib mal hier, Karim. Bleib du mal hier. Arno, kommst du auch mit rüber? Und ich guck jetzt, wo Leon und so sind. Oh, bleib doch stehen. So, kommt mal zu uns. Das ist im Karussell? Das ist im Karussell, ja. So, da ist Markus, Arno. Ja, hier Leute, lasst uns mal alle zusammen sammeln, weil irgendwie... Ja, ja, das geht uns auch grad. Ja, weil ich hab Karim, Karim hab ich gefunden, aber... Ach, weiß. Die anderen beiden hab ich verloren. Daniel, Leon, wo seid ihr? Wo? Beschreibt mal die Gegend. Du könntest denen doch sagen, dass die wieder zum Stand gehen und dann... ...zu seinem Versteck. Nein, ich weiß ja nicht, wo sie sind, dann wären sie wieder zu weit weg. Vielleicht. Kann ich denn das nächstes Mal reden, dann wären sie wieder zum Stand. Also, ich hab derzeit Techniko und hier ist ein Neural-Spektrum. Ja, ich ähm... Ja, das hab ich jetzt auch. Hier, da schießt du auf mich. Hier ist Karim. Oh, hi. Also, Daniel ist schon mal da. Okay. Äh, Danny. Daniel. Danny ist nicht ganz dabei hier drin. Äh, Daniel. Ah, Leon, du bist glaub ich bei der... bei der falschen Gruppe. Ja, aber... Auch Techniker, die sind halt hier. Achso. Ja, komm, komm mal mit. Wartet mal am... Wartet mal am Ding durch, ich komm doch schon. Ich glaub, wenn er Techniker macht, dann soll er irgendwoher hier sein. Ich weiß schon, was ich das nächste mache. Das sind die Teleporter. Du machst jetzt mal gar nix, wo das jetzt... Äh, Daniel, du hast dich gerade nen Lüfter aufgelöst, ne? Ich bin auf das Tal geklettert. Auf das Tal. Das geht, motherfuckers. Arno? Ja. Was müsst ihr jetzt noch machen? So, Techniko brauche ich jetzt. Und diese Neural-Spektren. Aber erstmal die Techniker, die sind hier drin. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Ich weiß, wie die alles sind. Von daher bin ich hier gerade gekommen. Oh Gott, also ich will Überschall. Level 9 muss ich unbedingt werden. Aber Jungs, ich muss noch zwei, äh, Dings-Teleporter deaktivieren, ne? Ähm, das nächste, was ich jetzt dann mache bei mir bei Fähigkeiten sind, äh... Walter, miese Schlitzer-Attacke. Ja, warte, 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 jetzt sind wir doch alle hier, sind wir... Leute, jetzt, roll. Äh, Subster bei mir... Äh, ich hab schon, ich bin schon da. Leute, wir müssen... Ich schweb über den. Ich schweb über den. Also... Junge, du musst uns mal bitte so ein bisschen sagen, wo das ungefähr ist. Okay, pass auf. Ihr seht doch, ihr seht doch den Pfeil auf der Karte. Den roten Punkt. Kommt einfach zu mir. Ich bin über euch. Ja. Genau, Subsel auf der hochlaufen hoch. Genau da ganz oben sind die. Über euch. Auf den Dächern verteilt. Ach so. Oder aber auch... Du musst uns erstmal so ein bisschen... Du kannst uns das auch in Himmelsrichtung sagen. Das wäre vielleicht auch ganz praktisch, wenn wir uns mal nicht so sehen. Ja, Subster, du siehst dieses Teil da oben, was so fliegt. Da oben sind die auch drauf. Ja, ich sehe. Ich verlasse die fehlenden Komponenten, um eine Überlastung zu vermeiden. Wie kann ich denn meine Fähigkeiten verbessern? Weil wenn ich auf Options gehe... Habt ihr schon überladen? Ja, habt ihr. Kommt mal zu mir, hier sind auch noch welche. Wo ich bin. Äh, Subster bei mir sind welche. Okay, die sind zerlegt. Ja. Äh, du musst bei das Optionsteil den Knopf gedrückt halten. Dann hast du so ein Rad und da kannst du dann auf Eigenschaften umgehen. Leute, ich brauche immer noch zwei Teleporter und es wäre ganz nett, wenn ihr mir sagt, wo die sind. Teleporter? Ja. Ähm, die sind da ganz hinten. Wenn du Richtung Norden guckst, siehst du ja dieses Kettenkarussell da. Mal Subster, da ist nix drauf. Ich schau grad, da ist nix. Äh, nein. Siehst du mich? Ähm. Warte, wer jetzt? Wer jetzt? Ich bin der Hund. Ja. Ich bin der Hund. Das ist so geil. In die Richtung wo ich hingucke. Äh, da hinten ist so ein Kettenkarussell. Auf jeden Fall. Wieviel braucht ihr noch? Und äh, da sind die Teleporter. Und ich brauch noch Techniko. Ja, hier ist n Techniker bei mir. Dann wartet ihr drei da mal, ich komm gleich wieder. Ja. Ich ampel hier rum wie so ein Tottel. So, warte mal. Auf der anderen Seite drüben direkt. Da hinten sitzt ja. Hier ist noch einer. Genau, mach kaputt. So, wir brauchen jetzt noch von jedem einen. Der kommt doch her zu mir. Ich hab keine Ahnung wo du bist Mann ey, ohne Scheiß. Der Pfeil. Ich bin der einzige Pfeil. Der wo weg zeigt. Der kleine blaue Pfeil, der bin ich. Oh, ein Scharfschütze. Okay, ich brauch jetzt noch Techniko drei. Und äh, Karim. Besiege und verwandelt die Bürger hab ich jetzt. Und äh, Karim. Ich brauch nur drei Techniko. Karim. Ja, ja. Ich brauch nur drei Techniko. Okay. Ich muss noch einen Dings deaktivieren. Dann komm ich wieder zu euch. Arni. Äh, André bei mir ist so ein Techniker. Ja, Arni. Die haben mich gewählt, um zu lenken. Ja, um zu denken. Alles klar, Jungs. Ich komm dann zu euch jetzt wieder. Warte, da drüber ist der schon. Ah. Ich war grad hier so ein Scharfschützen. Wir müssen das mit dem Zusammenspiel irgendwie intelligenter lösen.